Ja, ich war überrascht, wie intensiv das Thema bereits in der Branche diskutiert wird und dass sich die Teilnehmer eigentlich relativ stark einig sind, dass der Wandel ziemlich stark sein wird und sich im Grunde genommen noch beschleunigen wird. Also von daher bin ich jetzt optimistisch, was die Zukunft anbelangt und habe selber eine ganze Reihe von Anregungen mitnehmen können.